So jetzt wollen wir mal Udo ganz spontan besuchen gehen. Mal schauen was der junge Mann der Welt mitzuteilen hat. Hey Udo, schau mal her. Hast du irgendwas der Welt mitzuteilen? Mir geht es gut und ich fühle mich sauwohl. Also Udo ganz spontan hat seine Ansage an die Welt gemacht. Ja, das ist ein Junggesellendasein. Frisch gewaschen. Das schaut mir ja nach staubigem Bruder aus. Ja, wird schon gehen. Und deine Empfehlung an alle Loser dieser Welt? Ist mir gleich zu tun. Sprich rein ins Wohnmobil und ab die Post. So ist es. Genau. Und wenn es bloß ein altes Auto ist wie der Tscheche, den wir letztes Jahr getroffen haben. Ist egal. Die Hauptsache raus in die Welt. Man muss immer das positive sehen. Und dann ist alles okay. Okay. Das war die Ansage von Udo, unserem Alte B. So ist es. Ich grüße euch. Nichts. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Vielen Dank.